Musik 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 Also, Kerl, du hast die Zukunft kaputt gemacht. Vom Vierweißisten Caros Communication Congress und der Übersetzung von Sebalis und Tribut. I was supposed to pick out a few awards or something to actually present what he's done in his life, but I can only say, he's one of us. Applaus Charles Stross. Hi. Is this on? Good. Ja, hallo. Ist das angeschaltet? Ich bin, freue mich sehr, dass ich hier bin. Und ich wollte damit anfangen, dass ich mich für mein fehlendes Deutsch entschuldige. Der Talk wird also in Englisch sein. Guten Morgen. Ich bin Charlie Stross und ich wollte über unsere nahe Zukunft eine Science-Fiction-Geschichte erzählen, denn die Zukunft ist überraschend schwer zu vorherzusagen. Unsere Spezies, Homo sapiens sapiens, ist etwa 350.000 Jahre alt. Es ist etwa 300.000 Jahre alt. Wir dachten 200.000 bisher, aber das hat sich verändert durch neue Erkenntnisse. die Zukunft vorher zu sagen, war früher sehr einfach. Wenn man ein König oder ein Papst war, würde jeder Tag in 50 Jahren ähnlich aussehen, wie in der Vergangenheit. 99,9% der Menschen war die Zeit statisch, aber dann änderte es sich. Die Zukunft begann sich schneller und schneller zu verändern. Und heutzutage bewegt sie sich so schnell, dass es fast unmöglich ist, von einem Monat auf den nächsten Trends vorherzusagen. Als Computerwissenschaftler, für mich ist Computerwissenschaft nicht mehr über Computer, genauso wenig wie Astronomie, sich um große Teleskop dreht. Und dasselbe gilt auch für Meinfeld, also Science Fiction schreiben. Es ist sehr selten das Thema von Science Fiction, die Zukunft vorherzusagen. Es ist Futurismus, und der hat sich sehr sehr seltsam entwickelt. Wenn ich ein Fiktionaleswerk in der Nahen Zukunft schreibe, dann gab es früher ein Rezept, dem ich folgen konnte. Einfach gesagt, 90% dessen, was in den nächsten Jahrzehnten da sein würde, ist jetzt schon da. Zum Beispiel Autos haben etwa ein Jahrzehnt Lebensdauer, das heißt, die Autos, die wir in zehn Jahren hatten, sind also zum großen Teil schon vorhanden. Es wird einige neue Gesichter geben, zehn Jahre und jünger, und einige werden gestorben sein, aber die meisten Menschen werden auch in zehn Jahren noch da sein. Das ist die 90% der Zukunft, das sind die 90% der Zukunft, die jetzt schon da sind. Von diesen existierenden 90%, von diesen fehlenden 10% sollten 9% weiter einfach vorhersagbar sein. Man muss ein bisschen kreativ extrapolieren. Wenn ich vorhersage, mit meinem Futurologistenhut, dass LTI-Mobiltelefone weit verbreitet sein würden, und dass wir irgendeinem als Satelliten-Datendienst als Backup haben, gegen einen Preis, dann ist es nicht eine Vorhersage, wie das, dass die Luftfahrt sich verändern soll, dass Nazis die Welt übernehmen. Es gibt ein Übriges eines Prozent von dem, was Donald Rumsfeld die Unbekannten Unbekannten genannt hat, und tatsächlich ist es so, dass die Luftfahrt sich verlangsamt hat, wie ich eben gesagt habe, und naja, was die Nazis angeht, vor zehn Jahren würde niemand eine Nazi-Renaissance vorhergesagt haben, vor allem nicht in Deutschland, denn hier sind ja die Guten, oder? Mein Rezept für die Zukunftsvorhersage in zehn Jahren, 90 Prozent ist bereits da, 9 Prozent ist noch nicht da, aber vorhersagbar, und dann ist es 1 Prozent, aber leider haben sich die Verhältnisse verschoben. Ich würde sagen, 80 Prozent sind etwa hier, 15 Prozent noch nicht hier, aber vorhersagbar, und dann wahnsinnige 5 Prozent sind tatsächlich nicht vorhersagbar, im Moment. Nun, bevor ich mit diesem Talk weitermache, möchte ich einige Sachen laut sagen, um eine Singularität auszuschließen. Wir werden sich selbstverbessernde künstliche Intelligenz entwickeln, und eine ganze Wunschliste von menschlichen Wünschen wird also passieren. Nein, das ist leider nicht so. Transhumanismus ist irgendeine christliche Ketzerei. viele von euch werden euch mit Designpattern beschäftigen, wo es um Abstraktion und Vereinfachung geht. Wenn ihr euch die Singularität, was künstliche Intelligenz angeht, anschaut, und euch die verschiedenen Geschichten in der Geschichte, und dann passiert ein Wunder, anschaut, dann wird es relativ klar, dass die Leute hier das Christentum wieder erfunden haben, neu erfunden haben. Die heutigen Transhumanisten haben sich viele Anleihen an der russischen Philosophie von dem Russen Tedorov besorgt, der sich eine Ableitung einer Raketengleichung vorgenommen hat, und deswegen ist er in gewisser Weise auch Vater des heutigen Weltraumprogramms. Einige Leute, die ihn vorher nicht kannten, die werden jetzt leider zur KI-Hölle zurückkehren. Tut mir leid. Sie haben im Wesentlichen die Satan als KI neu entdeckt. Aber wir sollten uns überlegen, dass, also wenn irgendwas sich bewegt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich auch eine Ente. Und es gibt auch eine ganze Menge Hinweise, dass wenn wir jetzt eine KI entwickeln würden, die wie ein menschliches menschliches Hirn funktioniert, dann wäre das eine Entsprechung von einem Menschen, der auf der Couch sitzt und Chips isst. Das würde nicht großartig was helfen. Diese Art von KI ist nicht so sehr wie unsere KI, sondern eher so wie eine Boeing 747 ein Vogel ist. Also eine Boeing 747 fliegt nicht nur, sondern die würde dann auch überall hinscheißen. Also ich bin auch einer dieser Atheisten und ich werde jetzt mal versuchen ein besseres Modell für die Sachen, die jetzt passieren gerade euch anzubieten. Ein schottischer Schriftsteller sagt, die geheime Waffe von Science Fiction ist die Geschichte. Also die Geschichte ist die schriftliche Aufzeichnung von Dingen, die die Menschen früher gemacht haben. Und wir Science Fiction Schreiber benutzen die Geschichte als großes Spielzeug, mit dem wir eine interessante Geschichte uns überlegen, die zum Beispiel das Ottomanische Reich nacherzählt oder eine vergangene Revolution. Aber Geschichte ist auch so viel mehr, Ja, denn es stellt sich raus, dass unsere persönlichen Erinnerungen ganz anders sind. Also ich bin jetzt 63 und ich kann mich kaum an die 60er oder an die 70er erinnern, obwohl ich da 16 war. Dieses Jahr ist mein Vater gestorben, er war 93 und er kann sich gerade noch so an die 30er erinnern und nur die aus der Generation meines Vaters können sich an die große Depression erinnern und an die globale Finanzkrise. Wir im Westen richten uns da wenig an Geschichten aus, die Leute, die über 90 sind, erzählen. Und wir machen eine große Menge Fehler, wiederholen wir in dem Moment, wo sie aus der Erinnerung von lebenden Menschen wieder verschwindet. Das heißt, wir wiederholen alle Fehler, etwa alle 70 Jahre. Und es geht jetzt darum, die Geschichte anzuschauen und nach Mustern zu suchen und danach zu sehen, ob die in der Gegenwart wieder passieren. Und eine offensichtliche Abweichung von der Norm der letzten 3000 Jahre ist sehr offensichtlich. und das ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die irgendwie wann zwischen 53 und 1844 stattgefunden hat. Und heutzutage gibt es große Firmen, die KI entwickeln. Und jetzt Ich brauche erstmal Wasser. Lass uns hier gerade mal Wikipedia zitieren. Wikipedia. Im späten 18. Jahrhundert hat Stuart Kitt ein Buch über hat eine Gesellschaft definiert als eine Verbindung von vieren Individuellen, die sich zu einem großen Körper zusammengeschlossen haben, mit dem mit der Fähigkeit in gewisser Weise als Individuum zu agieren. Die Rechte und politische Dinge wahrnehmen, das war eine Definition aus dem späten 18. Jahrhundert. Das klingt also wie ein Stück Software für euch. Ja, also 1844 hat die britische Regierung jetzt eine Liste von Firmen gestartet, sodass jeder quasi gegen eine Gebühr eine Firma erzeugen konnte. Und dieses Gesetz wurde später erweitert, damit die Aktieninhaber im Fall eines Geschäftsausfalls weniger Risiko tragen würden. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, die zwischen dem 16. und dem 21. Jahrhundert passiert sind, die die Gesellschaft, in der wir leben, verändert haben. Früher gab es eine Beschränkung von 0,1 Prozent Wachstum. Und dann wurden Krankheiten besiegt und Schwarzpulver erfunden. Ich habe das übersprungen. Ich habe auch den Anstieg und auch den Abstieg von Rassismus und ich habe auch den Anstieg von Feminismus übersprungen. Und ich habe auch die Aufklärung und die Revolutionen übersprungen. und jetzt geht es also um KI, wo wir alle denken, dass wir die irgendwie verstehen. Und wir müssen verstehen, dass Firmen in gewisser Weise, also im Sinne vor dem Gesetz auch Personen sind. In den 1950er Jahren hatte eine typische Firma eine Lebenserwartung von 70 Jahren. Das ist jetzt nur noch 20 Jahre. und das liegt daran, dass Firmen Kannibalen sind, die essen sich gegenseitig. Sie sind auch wie Bienen oder Ameisen, sind sie auch Organismen, die in einem, die zusammenarbeiten. und jetzt ist es so, dass jeder Mensch nur noch so lange seine Tätigkeit ausführen kann, solange er nicht bei einem anderen Menschen ersetzt werden kann. Und in einer gewissen Weise können manche Firmen auch trainiert werden, um den persönlichen Wünschen von ihren CEOs zu entsprechen. Und zuletzt unsere legale Umgebung heutzutage wurde für Geschäftspersonen entworfen, eher als menschliche Personen. bis zu dem Punkt, dass Regierungen heute jetzt Firmen nachbilden in vielen ihrer internen Strukturen. Wir müssen uns also fragen, was möchten eigentlich unsere künstlichen intelligenten Herren erreichen. Elon Musk, den kennt ihr glaube ich alle, hat eine besessene Angst vor einer bestimmten Gefahr der künstlichen Intelligenz, nämlich den Papier Clip Optimier. Das ist ein Kunstgriff für eine künstliche Intelligenz, die ein Ziel verfolgt, zum Beispiel die Anzahl der Paperclips, die Papierklammern zu maximieren. Und das kann nun dieses Ziel immer besser verfolgen, hat aber keine Möglichkeit das Ziel zu verändern. Sogar dann, wenn das offensichtlich nicht dem Wohlbefinden der Menschheit entwickelt hat. Nun, Tesla, die Firma von Musk, ist kein Papierclip-Maximierer, sondern ein Batterie-Maximierer. Ein elektrisches Auto hat eine Batterie mit Rädern und Sitzern. SpaceX ist ein Maximierer für Nutzlasten im Orbit und SolarCity ist ein Maximierer für Photovoltaik und so weiter. also alle drei von Musk's Entwicklung sind sehr, sehr langsam. Auf einer Architektur basiert, die versucht, die Profite für die Inhaber zu maximieren, sogar, wenn sie in dem Prozess den Planet kochen, Tote kochen. Aber wenn du mit einer Musk gehst, dann ist das wahrscheinlich egal, weil du ja so zum Musk dich zurückziehen willst. Also ich rede hier über Musk und das tue ich eigentlich, weil er jetzt also der, meine stärkste Technik Milliardär ist und ich hätte auch im 2007 hätte ich über Steve Jobs geredet. 97 wäre es Bill Gates. Also Elon nimm es nicht persönlich. Das Problem ist, dass die Firmen, die also jetzt hier ihre offenen Ziele verfolgen, ob es nun elektrische Autos sind oder Bier oder was auch immer. Sie haben auch implizite Ziele, die also der von der Papierklammern maximieriger Klasse sind, nämlich Gewinn zu erwirtschaften. Und wenn man Gewinn machen will, dann wird man irgendwann von einem größeren Robschie befressen oder man geht pleite. Das ist also so wichtig für diese Firmen wie das Atmen für uns neue Tiere. Die verfolgen generell das implizite Ziel, nämlich Gewinnmaximierung, um ihr offensichtliches Ziel, ihr offenes Ziel zu verfolgen. Und manchmal versuchen sie die regulatorischen Regeln, die Regeln zu verändern, in denen sie existieren, um den Geldfluss zu erhöhen. Schauen wir uns zum Beispiel mal das Auto an. Man kann nicht Massentransport mit Automobil haben, ohne Tankstellen und Pipelines und Verteilen des Treibstoffs. Da brauchen wir dann wiederum Land, von dem das Öl extrahiert wird. Und bevor man es weiß, hat man eine ständige Manipulation, eine Besetzung im Irak und eine Diktatur in Saudi-Arabien. Weiter zu Hause ist es so, dass wir sowas brauchen wie Gesetze, die verhindern, dass wir über die Straßen gehen und uns betrunken fahren. Und das sorgt dafür, dass andere Verkehrsmittel wie beispielsweise Busse oder Trams behindert werden, die also besser funktionierenden Städten mit hoher Populationsdichte. Die Reform der Eisenbahn in den 60er Jahren in Großbritannien hat zum Beispiel viele kleine Linien sterben lassen. Diese Reformen wurden durch die Verkehrsministerien durchgeführt, also durch Politiker, aber der Verkehrsminister Marples hat tatsächlich ein erhebliches, persönliches Reichtum hat er zusammen geschafft durch Aktienkäufe in Firmen, die Autobahn gebaut haben. Also die Autoindustrie in Isolation ist nicht ein reiner Papierklammernmaximierer. Aber wenn man jetzt das zusammen mit der Treibstoffindustrie anschaut, der Straßenbauwirtschaft, der Versicherungswirtschaft und so weiter, wenn man das tut, dann beginnt man nun die Form eines Papierklammernmaximierenden Ökosystems zu sehen. Etwa 1,5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr durch die Automobilwirtschaft, das ist durch Verkehrsunfälle nach der Gesundheitsorganisation. Das ist also auf dem Größenmaßstab des Ersten Weltkriegs und das sofort dauernd. also die Regulierungen der Automobile heutzutage gehen in erster Linie in Sachen in Richtung Sicherheit und theoretisch auch in Richtung Schadstoffausflüssen zu minimieren. Sie sollen also schnell, effizient und bequem sein. natürlich können wir noch den Regulierungen der Gefangenheit dafür danken. Also zum Beispiel nur so 30 waren Bremsen auf allen vier Rädern verlangt worden und die beste Hoffnung einen 50 Kilometer Aufprall zu überleben war, aus dem Auto herausgeworfen zu werden und irgendwo zu landen, ohne den Hals zu brechen. Die Regulierungsbehörden sind die Werkzeuge der Wahl für die heutigen politischen Systeme, um die Papierklebmaximiere vom Armoklauf abzuhalten. Aber das Versuch funktioniert nicht. Ajit Pai, der Kopf der US-amerikanischen Kommunikationskommission, der gerade entschieden hat, die Netzneutralitätsregeln auszuhebeln, hat als ein Berater für Verizon Communication gearbeitet, dem größten Überbleibsel des Bell-Telefonsystems, des Bell-Telefonmonopols. Warum sollte jemand mit einem transparenten Interesse in einer Technologie, in einer Technologiefirma, nun Kopf einer Regulierungsbehörde werden, die, naja, wenn man eine komplexe Technologie regulieren möchte, dann muss man natürlich die Regulierer und Reguliererinnen von diesen Leuten auswählen, die diese Technik verstehen. Und leider sind diese Leute eben Insider der Industrie. Ajit Pai, der Chef der Kommunikationskommission, Kommunikationskommission ist natürlich sehr bewusst, wie Verizon reguliert wird und möchte daran etwas ändern, nicht unbedingt in dem öffentlichen Interesse. Wenn Regulierungsbehörden mit Menschen besetzt werden, aus der Industrie, dann arbeiten diese oft zusammen mit ihren früheren Arbeitskollegen, um Profit zu maximieren und erhöhen nicht Barrieren, um neue invasive Firmen davon abzuhalten, dass sie die Sicherungen abbauen, die die Öffentlichkeit schützen sollen. Und eine andere Möglichkeit, wie Dinge schief gehen können, ist Verzögerungen bei der Regulierung. Also wenn zum Beispiel Technologie sich so schnell verändert, dass es schon lächerlich obsolet ist in dem Moment, wo man sich darum kümmern will. Also 1993 oder 1996 könnte es eine gute Idee gewesen sein, diese Nachrichten für Cookies auf die Webseiten zu tun. Aber leider gab es die erst 2011, wo das Internet sich schon weiterentwickelt hatte und Tracking schon sehr weit verbreitet war mit Cookies. Tim Berners-Lee hat das 1995 beobachtet, dass fünf Jahre lang, wenn man Änderungen zusammennimmt, dann hat man ein komplett neues System. Also schau mal zum Beispiel Uber an. Also Uber wurde von dem Europäischen Gerichtshof als Taxi-Service eingeschätzt, was zweifellos richtig ist. Das Problem ist, dass sich Uber schon weltweit so verbreitet hat, dass, also es wurde vor acht Jahren schon gegründet und ein Taxifahrer kann schon extrem hungrig werden, wenn er acht Jahre lang warten muss, bis ein Gerichtshof eine Entscheidung getroffen hat. Also um das nochmal zusammenzufassen, wir haben Paperclip-Maximizer in der Welt und das zweite ist, wir haben Mechanismen, um die unter Kontrolle zu halten, aber die funktionieren nicht so gut gegen künstliche Intelligenzen, die die dunklen Künste auch benutzen, also insbesondere Korruption und Bestechung. Und dann ist das Problem, dass es verschiedene Agendas in einem Paperclip-Maximizer gibt. Das heißt, die sind nicht so naiv. Also ihr offensichtliches Ziel, also Profitmaximierung, aber eben auch und Expansion in neue Gebiete und aber eben auch um die Wünsche von wer auch immer hier die gerade die Entscheidung antrifft. Also wie ist das alles schief gegangen? Ich denke, dass mit dem aktuellen politischen Umwälzungen man das am besten verstehen kann, indem man es versteht als eine Folge der demokratischen Institutionen nach 1917 und die Tatsache, dass diese nun in einem großen Maßstab gefangen genommen worden sind. Wo immer ich hinschaue, sehe ich Wähler, die ärgerlich protestieren. Zum Beispiel Brexit war im Wesentlichen das Ergebnis einer Protestabstimmung gegen das britische politische Establishment. Die Wahl von Donald Trump genauso mit etwas Rassismus noch als Beilage und die großen politischen Partys werden von Leuten geführt, die mit dem System, die das existiert, kompatibel sind. Wir Menschen leben in einem System, das von den Wünschen der Maschinen dient im Wesentlichen. Wir sind heutzutage mehr interessierter an Computern und Kommunikationstechnologien als in diesem historischen System. Naja, hier ist der CCC, da sind wir mehr interessiert in der Computern und Kommunikationstechnik. Und wie gesagt, die Geschichte ist eine Geheimwaffe, wenn man weiß, wie man sie benutzen sollte. Wir können daraus auch lernen über moderne künstliche Intelligenz und wie sie sich verhalten wird. Die neuen künstlichen Intelligenzen sind zerzerrt worden durch einen fürchterlichen und fundamental falsche Designentscheidungen im Jahr 1995, die unsere demokratischen Prozesse verschädigt, die unsere Fähigkeiten, die Welt wirklich zu verstehen behindert und die ärgerlichen Umwälzungen der jetzigen Zeit verursacht hat. Und unser Fehler war, dass das öffentliche World Wide Web und nicht das, was am Anfang als regierungsfinanziertes Web entstand, als akademisches Web, dass dieses öffentliche Web jetzt durch Geldinteressen finanziert wird und über Werbefinanzierung. Das werbefinanzierte Internet war nicht unvermeidbar. Wenn man sich daran erinnert, wie es 1994 war, es gab sehr wenige Werbungen und es ging auch sehr wenig um Geschäfte. 1995 wurde das Internet öffentlich sehr populär und die Webseiten, die sich auch an Konsumenten richtete, wurden populärer. Also niemand wusste anfangs, wie das bezahlt werden sollte, die ursprüngliche Dotcom-Blase. Da ging es darum, rauszufinden, wie man das Internet zum ersten Mal monetarisieren könnte. Und die initiale naive Vermutung war, dass die Transaktionskosten, eine TCP-IP-Connection über einen Modem herzustellen, hoch genug war, sodass man sie für Mikrobezahlungen nutzen konnte und Menschen indirekt bezahlen lassen würde. Wie kann man die Aufmerksamkeit der zögerlichen Bevölkerung besser bekommen? Das Problem ist, einen Paperclip-Maximizer zu bezahlen über den Augen, also in dem Leute sich was angucken, ist, dass die Leute sich nur bedingt viele Dinge anschauen können. Es gibt nur 168 Stunden jede Woche, in denen man sich Werbebanner angucken kann. Und die meisten Werbebanner sind auch irrelevant. Und egal, wie oft man mir Hundekuchen anzeigt, ich werde niemals welche kaufen, denn ich bin eine Katzenperson. Muss ich jetzt wirklich nochmal einen Umweg machen auf die schreckliche Bösartigkeit, die Facebook ist? Ja gut, also jemand hat ja gesagt. Also, die kurze Zusammenfassung ist, dass Facebook genauso eine Suchmaschine ist wie Google oder Amazon. Facebook ist optimiert auf Gesichter, also Menschen. Und Facebook weiß wahrscheinlich schon, wo die Menschen leben, was ihre Lieblingsfarbe ist und welche Schuhgröße sie haben. Und sie kennen wahrscheinlich auch den Grund, warum du vor vielen Jahren den Kontakt mit ihnen abgebrochen hast. Selbst wenn du keinen Facebook-Account hast, Facebook hat einen Account über dich. Einen kompletten sozialen Grafen mit vielen Verbindungen, die auf dich zeigen und mit deinem Namen markiert sind. Selbst wenn du Facebook nie benutzt wirst. Und selbst wenn man Facebook eben nicht benutzt, Facebook sind die sozialen, die Borg der sozialen Medien. Widerstand ist einfach zwecklos. Also Facebook versucht eure Augen auf Werbung zu lenken, genauso wie auch Twitter und Google. Und um das zu machen, tunen sie ihren Inhalt so, damit es für deine Augen attraktiver scheint. Und bei attraktiv meine ich nicht gut aussehend. oder angenehm. Wir Menschen haben einen automatischen Reflex, Aufmerksamkeits zu lenken auf Bedrohung und Horror, genauso wie auf angenehme Stimulanzen. Und die Algorithmen, die herausfinden, was sie uns zeigen sollen, rückgesichtigen diese Ausrichtung. Man kann also auf eine öffentliche Erhängung im Iran stark reagieren oder an ein Paar, das sich küsst. Und der Algorithmus wird das tun und wird euch das alles zeigen. Das bringt mich auf einen anderen interessanten Punkt, nämlich computerisierte künstliche Intelligenz im Gegensatz zu firmen künstliche Intelligenz und Algorithmen, die die Vorurteile und Ansichten der Programmierer reflektieren. Ich habe einen Bericht über WebCams gelesen, die von Menschen mit heller Haut entwickelt worden sind, die jetzt die Farbalance bei dunklerer Haut nicht hinkriegen. Aber selbst mit heutigen Deep-Learning-Systemen kann also Vorurteile hineinkriechen, selbst wenn die Premiere das nicht wollen. Microsofts erste Ausflug in ein Conversations-Chatbot, zum Beispiel der durch Maschinenlernen getrieben war, Tay, wurde sehr schnell offline genommen. Ja, stellt euch einmal vor, wie sich das anfühlt. Die hat gerade eine AI gestaltet und wollte die nur anschalten, ausprobieren, ob sie jetzt vielleicht den Turing-Test bestellt, nur um zuzuschauen, dass sie hier direkt zu einem Nazi umtrainiert wird. Und es ist möglicherweise vielleicht sogar nicht möglich, Vorurteile zu identifizieren in einem AI-System. Diese Systeme machen soziale Änderungen schwieriger. Und Angst vor dem Verlust von sozialem Status ist ein sehr wertvolles Tool für Werbefirmen. Was passiert, wenn wir soziale Netzwerke haben, die Vorurteile gelernt haben gegen, sagen wir, Frauen oder den Islam oder gegen Melanin? Oder Deep-Learning-Systeme, die von extrem rassistischem Zeug kontaminiert sind oder von deren Propaganda. Und die Deep-Learning-Systeme, wie beispielsweise in Facebook, die entscheiden, welche Geschichten sie dir zeigen, damit du möglichst viel Aufmerksamkeit auf die Werbung lenkst. Naja, also es klingt jetzt ein bisschen trist und ungemütlich, aber es stimmt natürlich. Ich schreibe Science Fiction. Und wir haben uns einfach so sehr daran gewöhnt, über Wissenschaft und Technologie drüber nachzudenken als Dinge, die unser Leben besser machen. Aber eine ganze Menge Technologien haben, wenn man es geschichtlich betrachtet, eben extrem reguliert, sind extrem reguliert gewesen oder eben sogar kriminalisiert. Also es gab einen guten Grund dafür. Wir haben Blei in Benzin verboten, weil es Leute vergiftet hat. Und Nervengas und verbleites Benzin sind Technologien der 1930er, die wir in den 1930ern von Firmen empfohlen bekommen haben. Und halogenhaltige Kühlmittel und nukleare Waffen sind total aus den 40ern und interkontinentale Raketen sind aus den 50ern. Aber ich behaupte, dass im 21. Jahrhundert weiterhin gefährliche neue Technologie entwickelt. Genau wie unsere bisherigen Strategien und eben unsere bisherigen Strategien, um diese Technologien zu regulieren, sind fehlgeschlagen, weil sie zu langsam sind. Also lassen wir ein paar Beispiele geben von neuen KI-Anwendungen, die unsere Gesellschaften verändern werden, sogar noch heftiger als die alten langsamen künstlichen Intelligenzen. Das ist keine vollständige Liste. Wir müssen uns eine allgemeine Strategie überlegen, wie wir diese Dinge handhaben können, bevor sie uns handhaben. Wir sind hier Aktivisten. Also wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wir als nächstes machen. Also die erste Technologie, über die ich reden will, ist politische Hacking-Tools. Also solche, die den sozialen Grafen benutzen, um Propaganda zu verbreiten. Das ist ein super einfach zu behandeln, das Thema jetzt nach den Überraschungen 2016 in den Wahlen. Cambridge Analytica hat die Deep Learning Technologie benutzt, um Facebook und Twitter zu scannen und eben sehr genau solche Wähler zu finden, die für die Wahl werden besonders relevant. Diese Werkzeuge, die da entwickelt wurden für Werbung im Internet, um Produkte zu verkaufen, wurden jetzt zu Waffen im politischen Geschäft. Und auch außerhalb der letzten US-amerikanischen Präsidentenwahl gibt es jetzt immer mehr Hinweise darauf, dass auch das britische Referendum zum Brexit und auch die letzte französische Präsidentenwahl von diesen Maßnahmen betroffen waren. Ich versuche... Also man hat da tatsächlich erwartet, dass es ein Leak gibt und hat das angekündet, sodass dann rechtzeitig quasi dieses Leak auch diskreditiert werden konnte, indem man quasi vorher schon drüber gesprochen hat. Und ich reiße mich jetzt zusammen, ich habe natürlich auch meine politischen Meinungen, aber wenn soziale Medienfirmen nicht sich zusammenreißen und rausfinden, wie sie diese Propaganda, die micro-getargetet wird, kontrollieren können, dann werden die demokratischen Wahlen ersetzt werden durch Siege für wer auch immer in der Lage ist, die meisten Trolls einzukaufen. Und das werden nicht nur Millionäre werden, wie die Kochbrothers oder Robert Mercer, sondern es werden auch immer mehr dann solche, die Zero-Day-Exploits benutzen für Spionage über Sparefishing und verteilte Sinile-of-Service-Angriffe auf Infrastruktur. Früher oder später werden die Propaganda-Bots-Armeen den globalen Cyberwar ausführen. Und ich hasse wirklich dieses Cyber-Präfix, denn das heißt normalerweise, dass die Leute, die das benutzen, haben überhaupt keine Ahnung. Und es wurde auch von der originalen Bedeutung aus den 90ern komplett verändert. Also man kann nicht mehr sagen, das ist jetzt das spezielle Ding, über das wir sprechen. Aber ich sollte wieder über mein Thema sprechen. Die zweite Bedrohung, über die wir regulieren sollten, hat was mit Deep Learning zu tun. Und zwar geht es um von neuralen Netzen generierte falsche Videos. Also wir kennen natürlich Photoshop bearbeitete Bilder, aber Video künstlich zu erzeugen, das ist ein neuer Level. Das war wirklich schwierig, oder? Nein, das ist nicht mehr wahr. Wir sehen die erste Generation von KI erzeugten Videopornografie, wo die Gesichte von Filmstars auf die von anderen Leuten drauf projiziert werden. Also man nimmt einfach das Gesicht eines Hollywood-Actors und setzt sie auf ein Gesicht von jemandem, der ein Porno-Darsteller ist. Und schon haben wir ein Video, nein, also bitte macht es aus meinem Kopf wieder raus. Und jetzt gibt es auch WaveNet, ein System, um realistisch klingende menschliche Sprache zu erzeugen. Und das ist noch ziemlich geeky, aber und es braucht noch ziemlich teure Cloud-Computing oder GPUs. Aber in weniger als einem Jahrzehnt wird das in der Öffentlichkeit sein. Und jeder wird ein solches Video erzeugen können. Donald Trump im Weißen Haus. Ich kann nur hoffen, dass irgendwo ein Geek wie Steve Bannon existiert, mit lauter Servern existiert, das alles verhälscht. Aber nein. Nun, wir haben bereits gesehen, bizarre YouTube-Channels, in denen Fernseh-, Kinderfernsehmarken benutzt werden und dann Werbung dadurch damit hinzugefügt wird. Manifizierte Kanäle sind wieder Papierklip-Maximierer, die also künstlich-intelligenzgetriebene Werbung machen und die Keywords permutieren und die einfach auf existierende populäre Videos draufschlagen und diese Videos neue hochklagen. Wenn man Neuralnetwerke hinzufügt, um Charakter in andere Filme einzubauen, wird das sehr, sehr seltsam. Und es wird immer noch seltsamer, wenn diese Leute, diese Werkzeuge und das politische Spiel mitspielen. Als Primaten, die 300.000 Jahre sich entwickelt haben, haben wir den Input unserer Augen und Ohren weniger kritisch, weit weniger kritisch zu beurteilen als das Text aus dem Internet. Wir sind also bereits jetzt für Fake News anfällig und bald wird es also glaubwürdige Videobeweise geben. Das Toolbegeld sagt, dass etwa in 2027 die Welt nichts glauben wird, was in einem Video ist, außer es gibt eine kryptographische Signatur, die das mit der Kamera verbindet. Also das wird ein wirklich absolutes Chaos sein. Also Papierklip-Maximierer, die auf Aufmerksamkeit fokussieren, sind so 20. Jahrhundert. Die neue Generation wird auf unser Nervensystem aus dem Ziel. Die Werbeindustrie kann nur existieren durch eine Seltsamkeit unseres Nervensystems. Und das ist, wir sind versucht anfällig. Zum Beispiel Tabak, Betten, Heroin, aber wir erkennen das, oder? Naja, es zeigt sich, dass die Feedback-Clubs des menschlichen Gehirns relativ einfach zum Teil gespielt werden können. Zum Beispiel Firmen wie Singa, Pharma existieren nur dadurch und frei benutzbare Sozial-Medien-Plattformen wie Facebook und Twitter. Einfach, weil sie so strukturiert sind, dass häufige Interaktion belohnt wird und emotionale Antworten generiert werden, nicht nur positive Emotionen. Also Angst und Hass sind genauso gut, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Smartphone-Sucht ist ein Seiteneffekt davon und die kurzen Interaktionsstöße sorgen dafür, dass wir immer wieder zurückkommen. Ja, ich komme immer wieder zurück auf Deep Learning. Und dank Deep Learning haben Neurowissenschaftler jetzt einen Prozess von Apps, die süchtig machen, automatisiert. Dopamin Labs ist ein Startup, das Werkzeuge anbietet, die es Entwicklern einfach macht, jede App süchtig zu machen. Und auch das Verlangen zu reduzieren, die App zu benutzen, wenn das nicht gemacht werden soll. Und es geht weiter als automatisiertes A-B-Testen. Also A-B-Testen erlaubt Entwicklern einen binären Suchbaum zu entwickeln zwischen Optionen. Aber echtes Deep Learning, das Sucht maximiert, kann für verschiedene Faktoren gleichzeitig maximieren. Neurowissenschaft ist kein Geheimnis. Und früher oder später wird jemand, der sehr wenig Skrupel hat, sehen, wie weit man das treiben kann. Also lasst mir mal ein sehr spezifisches Szenario geben. Apple hat sehr viel Arbeit investiert, um Echtzeit-Gesichtserkennung in das iPhone X einzubauen. Man kann das nicht mit einem Foto oder einer einfachen Mappe... Also hier wird sowohl ein Mapping durchgeworfen um die Augenposition zu erkennen und man kann außerdem erkennen... Man kann auch die unterlegende Knochenstruktur erkennen, auch durch Make-up oder Narben hindurch. Das läuft ständig, und checkt also möglichst alles, so oft man Home-Button klickt und das ist dann also ein Fortlauf von der Authentifizierung, also nicht nur einfach so, du gibst ein Passwort, sondern das Gerät weiß man ständig, dass du der Benutzer bist und wenn jemand das Telefon nur an sich reißt und wegläuft, dann wird das Telefon sehr schnell wissen. Aber das Telefon, das deine Gesichtsausdruck geobachtet und das Ganze mit Abbenutzung korreliert, hat andere Folgen. Das Telefon weiß dann sehr genau, was du magst auf deinem Bildschirm. Es hat vielleicht sogar die Möglichkeit herauszufinden, ob du glücklich oder traurig bist oder einfach nur in Interaktion. Wenn wir das jetzt verbinden mit so Dingen wie synthetischen Videos, was ich geredet habe, dann ist es also sehr möglich, einen endlos eskalierenden Nutzlast von Videos zu erzeugen. Das könnten Facebook- oder Twitter-Nachrichten sein, die darauf optimiert sind, Hass oder Erpörung zu erzeugen oder pornografische Videos, die abzielen auf irgendwelche Kings, von denen du nicht wusstest, dass du sie hasst. Also es ist, das zieht auf dein Nervensystem und du wirst in Geld, du wirst monetarisiert werden. Zuletzt möchte ich auch noch eine Aussicht aufzeigen, die weit darüber hinaus geht über Deep Learning und diese gezielte Propaganda. 2011 hat ein russisches Softwareunternehmen eine iPhone-App entwickelt, die hieß Girls Around Me, also Mädchen um mich herum. Und die App hat funktioniert, indem sie den Benutzer über GPS lokalisiert hat und dann Foursquare und Facebook nach Leuten durchsucht hat, die mit ganz einfachen Suchanfragen, also zum Beispiel alleinstehende Frauen über Facebook, die hier sich angemeldet haben oder jetzt zusammen hier eingecheckt wurden von Freunden in der Nähe, zum Beispiel via Foursquare. Und dann hat die App deren aktuellen Standort angezeigt, zusammen mit ihren sozialen Mediaprofilen. Und wenn das heute gemacht worden würde, dann würde das noch stärker gamifiziert werden. Also mit, wie wer quasi Erfolg hatte, mit einem, mit einer Highscore und solche Leute markieren, die also da eingeschätzt werden als jemand, der sich halt leicht ins Bett kriegen lassen hat. Und die Frage ist jetzt, na gut, man kann das weitertreiben. Ist auf deinem sozialen Mediaprofil angezeigt, welche politische Partei du wählen willst? Nein, die Cambridge Analytica können das mit 99,9% Wahrscheinlichkeit rausfinden, indem sie nur deine Tweets und Facebook-Kommentare angucken, die du auch geliked hast. Und jetzt stellen wir uns eine junge Frau vor in einem Supermarkt, die als schwanger identifiziert wurde, einfach nur durch ihre Einkaufseinkäufe und das ist tatsächlich bei Target passiert, ungefähr 2012. Und jetzt stellen wir uns die Anti-Abtreibungsgegner vor, die eine App haben, die Babies at Risk heißt, also die dazu führt, dass jedes Mal, wenn du in die Nähe einer Abtreibungsklinik gehst, eine Menge von Leuten gegen dich protestieren. Oder man stelle sich vor, dass du ein schwuler Mann bist und es gibt eine God Hates Fag App. Und die sorgen dafür, dass deine Mitreisenden nur dann über schwule Menschen lästern, wenn sie mindestens in einem Verhältnis von 10 zu 1 mehr sind als die schwulen Menschen. Ja, und jemand arbeitet daraus, jemand, ein Dialokationsbewusstes Sozialmedien-Scraping-Deep-Learning-Tool, das also ein gamifiziertes Interface benutzt, um ihre Player zu belohnen, in Gang-Violence, Gang-Gang-Gewalt und dann in irgendeiner vorgeplanten Stunde schaltet es also genau um und trainiert die Leute daraufhin, ihre Ziele als Ungeziefer anzusehen und auszuschlagen. Und der schlimmste Fall dieses Bildes ist, dass der Entwickler dieser App nicht mal ein Staat ist, der seine Feinde stören will oder irgendwas. Es ist einfach nur ein Papierklammern-Maximierer, der tut, was er tut und du bist das Papier. Willkommen im 21. Jahrhundert. Wir haben ein bisschen Zeit für Fragen. Haben wir ein Mikrofon? Habt ihr Fragen? Ja, also es wird jetzt eine Q&A geben, ja? Falls es irgendwelche Fragen gibt, kommt bitte an die Mikrofone, die sind 1 bis 4 durchnummeriert. Glaubst du wirklich, dass es so trist und dystopisch ist, wie du es beschreibst? Denn ich denke mir häufig, es kann ja auch fröhlich sein und es gibt Wachstum und alles wird schneller in jeder Iteration. Ist das nicht in einer guten Richtung? Im Wesentlichen glaube ich, dass das Problem ist, dass etwa 3% von uns Soziopathen sind oder Psychopathen, die alles für die anderen 97% verwerben. Wird es nicht wunderbar, wenn wir eine App schreiben könnten, die all diese Psychopathen herausfinden und wir könnten sie dann töten, die alle anderen? Naja, also wir haben all die Werkzeuge, eine UTP zu machen, die haben wir heute schon. Eine triste, miserable Zukunft ist nicht unvermeidlich, aber es hängt an uns, diese Weg zu nutzen, um das Schlimme zu verhindern. Und wir müssen voraussehen, was an schlechten Ergebnissen herausbringt und dann Wege finden, um das zu vermeiden. Also ich versuche hier so eine Art Weckruf zu machen, um den Leuten zu zeigen, wie viel schlimmer die Dinge werden könnten und was wir tun müssen, um das zu verhindern. Was ich vorher gesagt habe über unsere Regulierungssysteme, die gebrochen sind, das steht. Wie regulieren wir die Deep Learning Technologien? Das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen. Okay, Mick Nummer 2. Frage von Mikrofon 2. Hallo, wenn du über Firmen als künstliche Intelligenzen sprichst, wo siehst du, dass diese Analogie kaputt geht? Also sind das tatsächlich künstliche Intelligenzen oder ist das mehr im übertragenen Sinne? Also fast buchstäblich, wenn ihr den Philosophen von Sons kennt, Chinese Room, der Zitziger, in dem er versuchte zu beweisen, dass KI nicht möglich ist. Eine Firma ist sehr viel der Chinese Room-Implantierung einer künstlichen Intelligenz. Menschen in einer Box, die Input in die Box hineintun und dort Output herausbekommen. Ist es egal, ob es einen Unterschied ist, ob das in Software funktioniert oder mit Menschen, die Regeln befolgen? Ich sehe nicht so einen großen Unterschied. Man muss sich eine Firma auf einer sehr abstrakten Ebene anschauen, um sie als KI zu begreifen, aber mehr und mehr Firmen automatisieren ihre internen Prozesse. Man muss das also sehen als einen fortlaufenden Trend. Und ja, sie haben viele der Charakteristiken einer KI. Okay, Mic Nummer 4. Noch eine Frage vom Mikrofon 4. Hallo. Du hast wahrscheinlich schon mal von Time Well Spent und Design Ethics gehört. Es geht um böse Pattern bei App-Erzeugung und ich wollte wissen, ob du zu dieser Bewegung was weißt. Naja, weißt du, ich kenne Dark Patterns und ich kenne Leute, die das versuchen zu optimieren. Ich habe keine Bewegung gesehen dagegen. Naja, ich bin 53, also ich bin nicht mehr mittendrin. Ich habe seit 50 Jahren kein ernsthaftes Programmieren mehr gemacht. Sehr rostig. Dies ist ein besorgniserregender Trend. Und Aktivismus ist ein guter Anfang. Aufmerksamkeit erzeugen, Aufmerksamkeit vor den Gefahren ist ein guter Anfang vor den Gefahren. Es wird uns nicht als ein moralisches Anliegen ansehen. Wir müssen... Firmen bewerten alles in Hinsicht auf Profit, denn das ist die Äquivenz des Atems. Sie müssen atmen. Sie haben auf der Regel keinen moralischen Rahmen. Und Menschen brauchen diesen moralischen Rahmen, selbst wenn es so etwas Einfaches wie Tu nicht Schlimmes oder Tu nicht etwas anderen Menschen an, was schrecklich wäre, wenn es dir angetan würde, die goldene Regel. Also zusammenarbeiten mit Schaffenentwicklern, sie zu erinnern, dass sie Menschen sind und dass sie menschlich sein müssen in ihrer Anwendungstechnologie, ist ein notwendiger Anfang. Ja, hallo. Ich denke, dass viele Leute, gerade die hier in der Gegend, also die hier in dem Raum sitzen, die an Lösungen für Facebook und Dingen, die wirklich sehr angsteinflößend sind. Aber ich befürchte, dass wir uns selbst auch irgendwie die Stimme nehmen, wenn wir auf Facebook nicht aktiv sind, weil zum Beispiel dieser Women's March ja hauptsächlich auf Facebook organisiert wurde. Und ich denke, Regulierung ist wichtig, aber wir können es nicht einfach ignorieren, wir können es nicht einfach nicht nutzen. Absolut. Ich habe hier nun, ich habe tatsächlich sehr ausdrücklich Facebook nie benutzt für viele Jahre, um die marketingen Leute, die ganzen marketingen Leute in meiner Umgebung, die jungen Leute, die sagen, du hast kein Facebook, alle haben das, aber nee. Ich werde Facebook nutzen müssen, denn heutzutage bedeutet Facebook nicht benutzen, dasselbe wie nicht E-Mail benutzen. Man schneidet sich nun die Nase ab, tut sich selbst was Schlechtes. Also was wir brauchen ist eine Art effektive Aufsicht für Facebook und die Algorithmen haben, die Algorithmen, die entscheiden, was für Content ihr sehen wollt, die müssen reguliert werden. Also ich habe darüber geredet, das, was ich über Menschen gesagt habe, das bezieht sich auch auf Facebook und Twitter und das, was sie entscheiden, was sie dir anzeigen. Okay, ich bin sehr sorry für alle die Leute, die sich jetzt noch an den Mikrofonen angestellt haben, wir müssen leider aufhören, wir haben keine Zeit mehr. Und es tut mir auch leid, dass der Talk of English stattgefunden hat, aber das liegt daran, dass der eben Englisch war. Gut, herzlichen Dank. Ja, danke auch fürs Zuhören. Ja, danke auch fürs Zuhören.